Hey Freunde und willkommen zu einer Runde Minecraft Survival, nein Endergames, zusammen mit dem Quantum. Hallo. Und guck mal, man sieht ja mal die ganzen Opfer hier an, die wir töten werden gleich. Bist du so gemein? Ja. Das ist meine Beute, die hier rumläuft. Blutrausch. Ja, ja, sowieso hier. Jetzt muss aber endlich mal gerult werden, sag ich immer. Wie bitte? Gerult, gerult. Ah, ich kenne mich, sorry. Die moderne Sprache, ja, kenne ich. Ja, ich habe hier so ein modernes Buch bekommen von meinen Enkelkinder. Zuerst mal auschecken, dann rulen und dann abschnacken. Richtig, richtig. Rasieren, rasieren müssen wir. Das sagt man ja. Wir müssen rasieren. So. Also ich finde ja Knorke und Famos immer noch besser. Wir werden jetzt Knorke spielen im Forest. Ist das gut? Forest? Forest, das hört sich an nach Wald, das ist gut. Nein. Wen spielst du, wen spielst du? Ich spiel den Jäger. Ah, ich bin auch Jäger, glaube ich. Ach, welch Zufall. Gut. Oh. So, wo bist du? Jäger, Beute trifft sich gut. Ist das Nacht? Es ist Nacht, ey. Das ist das erste Mal. Ja, aber echt, das ist überraschend. Das ist jetzt, okay, damit haben wir jetzt nicht gerechnet. Nein, das verwirrt jetzt meine ganze Stabdicke. Genau, das könnte jetzt sein, dass wir verlieren. Ja. Das ist immer wieder witzig. So, okay, komm her, 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 komm her. Ich bin ungespielt. Okay, gut. Gut, gut. Tütt mir den. Guck, guck. Guck. Schnapp, schnapp, schnapp. Schnapp nix. Oh, 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 oh. Drei Erfahrungsfläschchen. Wow. Wow. Nicht nur zwei, sondern ganze drei. Das ist gut. Das ist schon... Das ist mehr als null. Ja. Also, ohne Rechner. Ich schlachte jetzt hier erstmal eine Kuh. Ja, komm. Immer auf die Unschuldigen. Ja, was unschuldig. Hat sie eine Kuhfladen fallen lassen? Dieses Monster. Ja. Wir müssen Minecraft ein bisschen lauter machen. Kann man ja hier in der Endergebnis hat meine Zeit. Ja, natürlich. So, machen wir ein bisschen lauter hier. Ich hab gar nichts noch. Wunderbar. Fertig. Ich hab hier so ein paar Sachen. Ich hab gar nichts. Ich hab eigentlich auch so gut. Ist Gold besser als Stein? Ich weiß es nicht. Weißt du auch nicht, ne? Ja, super. Ich bin das erst seit gestern. Ich hab keine Ahnung. Ich hab grad Minecraft frisch installiert. Oh, ich hab Sachen quantum. Also, wenn wir uns treffen, wirst du auf jeden Fall sterben. Ich dachte, wir sind ein Team. Ah, nein, da ist jemand neben mir. Nein, 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 nicht, nicht, nicht. Komm schon, komm schon, nicht abkratzen, nicht abkratzen. Das läuft grad richtig gut bei mir hier. Ja, bei mir läuft's grad auch richtig. Also, ich laufe richtig. Okay. Aber. Und vor mir spawnt einer, das kann nicht sein. Ich hab keine Rüstung, gar nichts. No, no. Das kann doch nicht sein. Er verfolgt mich, er ist hinter mir. Doch da ist noch einer. Vielleicht töten wir uns gegenseitig. Genau, genau. Immer schön singen. Ähm, warte mal, ich mach hier ein Eisenschwert. Yeah, ich kann Eisenschwerte machen. Oh shit, ich bin in irgendeiner blöden Höhle gelandet. Oh, verdammt. No. Verfolgte mich. Oh no. No. Ah, 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 nein. Ah, 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 ah. Ich hab jemand getötet. Ich bin tot. Ich hab jemand getötet. Ich wurde, mir wurde, der Boden, als ich war auf dem Baum, dachte ich bin voll sicher, voll sicher und dann wurde ich immer kleiner. Ich dachte mir, hm, was ist denn jetzt los? Der hat unter mir den Boden weggemacht. Okay. Ja, ich hatte jetzt gerade Glück, ich spawnte hinter einem Typen, der hatte nix. Oh Mann. Das zählt eigentlich auch. Äh. Ja, ich hab aber sonst auch nix. Also von daher. Ich hatte voll viele Sachen, ey. Mein Gott. Und da war ich beschäftigt damit, einen Helm zu machen. Und dann bist du kleiner geworden. Dann wurde ich kleiner geworden, ja. So. Wir haben das Problem gleich gelöst hier. Es zählt einer mit einem Bogen übrigens auf dich, aber jetzt nicht mehr. Aber naja. Ich bin wie ein Wiesel. So, dann, äh, rule mal jetzt. Rasier mal. Ich, ich, ich check die, ey, das ist der gleiche Weg, den ich, Ich, die Schneise hab ich geschlagen. Äh. Okay, ich hab keine Rüstung, gar nix. Also von daher, mhm, mhm, mhm. Ich glaub, jetzt nix, so nehm ich den Baba, ey. Bei wenigstens in der Rüstung. Das sind die Baba-Papas. Baba-Papas. Ach, das bist du gar nicht. Ich verfolge gerade jemanden, aber das bist du gar nicht. Ich dachte schon, boah, was für Skills hast du. Hey. Was soll das? Äh, ich mein, boah, wie schlecht war der denn? So. Warum stelle ich hier eine Kiste hin? Ach, ist doch völlig wurscht. Was hab ich denn jetzt? Sechs Eisen. Schön, schön, schön. Das bedeutet, ich hab nen Helm. Den hab ich aber schon. Jetzt hab ich nen... Den Helm noch einmal gemacht. Wunderbar. Toll, das ist gut. Das ist... Ich versteh diese Taktik nicht, aber... Interessant. Hinter dir ist ein Wolf. Guck mal, kannst du den auch irgendwie mitnehmen? So wie ein Call of Duty Ghosts? Und dann auf Leute hetzen? Warte. Vielleicht kann ich ihn töten. Nee, du kannst... Nein, nein. Du kannst ihn doch zähmen. Ich hab keine Zeit für zähmen, das dauert. Dann muss ich in die Schule gehen und... Ah, stimmt, auch wieder eine Beziehung aufbauen, über Jahre. Ja, dann... Sitzplatz. Alles. Klar, das ist okay, das kenne. Ja, dann... Ach, du bist wieder teleportiert? Jetzt. Jetzt. Oh, was hat der her? Oh, da liegen Pfeile. Oh, liegt ein... Ah, Diamantschwert. Diamantschwert? Ja, da liegt einfach so eins da. Jetzt spielst du. Das ist können. Ah, das stimmt auch wieder. Dann meine Aufnahme schlägt schon vorbei. Ja, mal sehen, wie weit ich komme. Also von daher... Man muss es ausnutzen. Die Zeit. Genau, genau. Oh, da ist jemand im Wasser. Den kannst du abknallen. Was? Hier ist niemand im Wasser. Ich bin im Wasser. Ja, da sind zwei Stück im Wasser. Nee, also nicht ganz. Da, zwei Stück im Wasser. Kill die. Guck nach vorne. Boah. Ich komme auf die Zugehauten im Wasser. Ich habe keine Zeit. Ja, aber ich möchte... Vielleicht sollen sie leben. Ich habe keinen Bogen. Das ist kein Bogen. Ja, dann einfach rein, mitten ins Gefecht. Kein Bogen. Aber dafür Drogen. Eingetauscht für den Bogen. Nimmst du heute Drogen, denkst du nicht an morgen? Was? Das war... Das ist ein alter Junkie-Spruch. Achso. Ja, ist bekannt. Verstehe. Gut, also ich renne jetzt einfach davon, bis ich... Ich meine... Du kämpfst den Mann, meintest du? Ich kämpfe... Oh, da ist jemand. Da ist jemand. Komm, der hat nur eine Lederrüstung. Mach ihn fertig. Oh, 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 oh. Oh! Was ist das, du Tier? Rarrr. Oh, 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 oh. War das ein Anfeuerungsschweiler? Ja, ja, ja. Okay. Okay. Oh, 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 oh. Ich bin der Tier. Ja, gut. Das sagt man so in Österreich. Man muss, man muss ja nicht... Hey, man muss nur überleben und nicht... Hier ist kein Deutschkurs, okay? Okay, ja, stimmt. Also, bitte. Tut mir leid, tut mir leid. Der Quantum ist nicht im Deutsch, ey. Das läuft ja richtig gut, ne? Wie viele leben noch? Ich weiß nicht, hoffentlich keiner mehr. Zwölf. Oh, was? Oh mein Gott. Noch zwei Stück neben dir, also drei Stück insgesamt. I will survive. Daddy survive. When I decided to deny. I'll see why. I need a rest on him. Take it, take it. Komm, stirb doch, du kleine Rosenpups! Du hast ihn getötet? Ich hab ihn getötet! Echt jetzt? Ja. Aber du wirst wegteleportiert dann, ne? Weil ein anderer hat jetzt... Ein anderer schmeißt ganze Zeit Sachen hier weg. Jetzt hab ich einen Bogen und dem kann ich... Ihr seid nur noch zu zweit, ne? Krasser Schissel, ey, Quantum. Warte, 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 ich brauch... Oh Mann, was hab ich denn hier alles für ein Mist? Oder den Diamanthelm, das nehm ich. Der Gegner ist auf dem Baum, der Gegner ist auf dem Baum, über dir! Der nächste Wolf. Jetzt. Du kleiner... Na komm, bisschen antreifen. Du darfst jetzt nicht locker werden, weißt du? Du denkst jetzt... Ich hab jetzt zwei gekillt. Oh, ich sollte was essen! Ja, siehst du? Da fängt's schon an. Okay, gegessen. Perfekt, perfekt, perfekt. Everything is cool. You, be cool. Everybody cool. Ach, ja. Was lachst du so? Hönes? Hönisch? Ach, nur so, nur so, das läuft ja ziemlich gut für dich. Ich bin gleich gespannt. Gibt's ja eigentlich auch so einen Ablauf, wo du dann eins gegen eins... Oder musst du dich die ganze Zeit aufsuchen? Ja, es kommt dann das Deathmatch. Ah, kommt dann auch? Okay. Ja, ja. Okay. Und wann so circa? Ja, ich weiß es nicht. Das könnte ein bisschen dauern, weil... Ja, okay. Ne, normalerweise steht's dann immer hier, oder? Genau. Wo ist denn der andere Typ? Gucken wir mal, wo ist der andere Typ? Ich versuche zu tracken. Track one. Two. Track, track, track. Ich hab nix auf dem Radar. Nichts auf dem Radar? Na, du musst ja auch rechts klicken, oder so, dann kriegst du ja halt irgendwie... Wie viele Blöcke der entfernt ist. Äh... 150 Blöcke, wow. Wie, das... das kennt da und du. Das kennt jetzt ein bisschen noch dauern. Es tut mir leid, aber du könntest ja auch eine Geschichte erzählen. Ähm, ne Geschichte? Ne Geschichte. Ja, ich bin hier konzentriert. Du musst eine Geschichte erzählen. Okay, es war einmal ein... Quantum Pro, der war voll cool. Ende. Ja... Das ist jetzt nicht... Okay. Na gut. Ich brauch das... Gibt's nicht so wie damals, solche Typen, die Loblieder auf einen singen? Loblieder auf einen singen? Ne? Verwechsel ich da was? Äh... Ne, da gehörte ich nicht dazu. Ich war im Knabenchor, aber... Knabenchor... Ah, well, survive! Doch, das dauert noch ein bisschen. Ja, such ihn mal auf jetzt. Ja, zack, zack, zack. Es tut mir leid. Seine Botschaften. Fackel hier Bäume ab. So, damit er weiß. Da hinten ist der Quantum. Und der macht keine Faxen. Keine... Ich mach keine Faxen? Nein, nein, nein. Nein, nein. Wie hast du es geschafft zu überleben, ey? Moment, Moment, Moment. Was ist das für ein werfbarer Trank der... What? Werfbarer Trank der... Der Heilung. Oh! Siehst du, kannst du dich heilen, wenn du auf den Boden wirst. Zack, zack, zack. Oh! Nicht auf den Gegner werfen. Recht auf Erfahrung. Ja, das bringt ihm was, okay. Jeder wird geheilt halt, wenn er das hat, ne? Richtig, richtig. Big Boss. Wo ist er? Achso. Weiß ich nicht, aber... Compy. Compy, Compy, Big Boss. Ich seh niemanden. Ich muss aufs Deathmatch warten. Es tut mir leid. Ach, da war er, du bist nah, du bist nah, du bist nah, du bist nah. Warte mal, geh geradeaus, geh geradeaus, geh geradeaus. Hier, tracken, 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 45. Geh geradeaus, geh geradeaus. Irgendwo war er doch hier. Ah, jetzt. Ich bin, ich bin auf dem Weg. 40, 38 Blöcke. Oh, der ist auf dem Baum, links von dir, links von dir. Du bist auf dem Baum. Und der hat ne Diamantrüstung. Oh, ich bin tot. Du bist sowas von am Tod. Du musst jetzt irgendwie... Was hast du, TNT? Was hast du? Ja, ich hab... Wahrscheinlich... Nein, hab ich gar nicht. Pfeile hab ich, ja. Okay, scheiße. Ja, das Deathmatch beginnt schon in 5 Minuten. Du musst ihn umlegen oder so. Der schleicht sich an, wie eine Schweine hier. Wie eine... Ja. Alter, der kommt auf dich zu. Hör auf, mach mir nicht so viel Angst. Einser, der kommt auf dich zu. Der ist schon ziemlich nah an dir. Der ist direkt hinter... Der ist... Hinter dir. Hinter dir. Der fällt, der ist er! Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Komm, stirb, 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 stirb. Ich bin der Beste! Entschuldigung. Ah, well, so... Und... Das ist unglaublich. Ja, das ist ähm... Warte mal... Was? Was? Oh mein Gott, das ist ja... Ja, also... Ja, danke schön. Das... Also... Das war jetzt vollkommen nicht über... Aber ich... Das hab ich jetzt auch nicht gedacht. Er hat auch versucht, mit Lava dich irgendwie umzulegen, aber... Ja, gut, ich bin dann... Gekontert... Also... Zack, zack, bäm, bäm. Also, bäm, 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 bäm. Ja. Oh mein... Okay, gut, ähm... Ja. Auf in die nächste Runde! In der nächsten Folge! Ja. 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 Ja.